Hallo und herzlich willkommen zurück zu CodePayne. Mit diesem Asi-Scheiß-Fallen hier. Und dann musst du auch noch diese scheiß blöden Items hier nehmen, wo diese Fallen auch noch sind. Und natürlich trifft mich diese eine scheiß Falle. Und schleudert mich weg, obwohl ich schon extra gerollt bin. Ich drücke gerade mein Kantor kaputt. Stimmt, wenn ich die R1-Tasse komplett eindrücke, kann ich nichts mehr machen. Cool, das ist jetzt normal. R1, ne, Rennen. Und wenn ich die R1-Tasse komplett eindrücke, passiert einfach gar nichts. Ja, nur ist es passiert nur ganz viele Bugs. Wie man es ja gewohnt ist bei diesem Spiel. Wieso? Ich war doch außerhalb der Range. Wieso? Ich war doch außerhalb der Range. Ja, genau. Sterb einfach, Jakub. Tja, 110 Leben. Schaffen wir bestimmt noch ein paar Kämpfe, ne? Gar kein Problem. Kann ich dich einfach runterschmeißen, Jakub? Zum Glück haben wir hier alles schon gelohtet, ey. Ich wünsche, es gäbe eine Fähigkeit, mit der ich Dunst in Leben umwandeln könnte, ne? Alter, das würde ich die ganze Zeit nutzen. So, gibt's jetzt mal ne Mistel? Natürlich nicht. Warum auch? Es kommt von rechts einfach so ne Falle und dann ist... Ja, natürlich kommt da jetzt ein Boss. Hä? Was bist du denn? Natürlich, das ist... Verlorener Bugs. Aber das ist ne Hüterin. Das ist tatsächlich ne Hüterin. Nein! Nein! Half of no retreat, ich hasse dich, Spiel. Oh, irgendwelche scheiß Gegner. Das ist ein Dive von Phobia. Er fällt aber nicht runter Er fällt da immer nicht runter Hä, warum fällt er nicht mehr runter? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wo bin ich? Ah, wir haben eine Tour gelaufen Ja, okay, wir haben da oben irgendwo eine Tour gelaufen Alter, wir sind bei 40% Willst du mich eigentlich verarschen? 40%? Ah, das nächste wäre rein, das Blut zu benutzen, ne? Oh, das ist schlecht, was ist das? Blut, doch, unser Relikte! Warum hat sie uns angegriffen? Wir haben übrigens 1.164.000, äh, Dunst Nur mal so nebenbei Aber warum hat sie uns angegriffen? Warum reift die einfach an? Das war der Bossraum Was hätt man denn, wie lang hätt man denn hier kämpfen sollen, bitte? Wie lang hätt man denn hier kämpfen sollen? So? Also das war jetzt, äh, die haben wir komplett gestunlockt einfach Ich hätte absolut keine Chance Ich gucke immer nach oben, weil die Gegner ja auch von oben runterfallen können Sehr schön, dass Jokumo hier gemarkiert hat Wie einfach weggespawned ist Habt ihr's gesehen? Wie einfach weggespawned ist Ah, guck mal, hier war's sogar Das ist mir egal Was hab ich gerade aufgesammelt? Ich weiß leider nicht, was ich aufgesammelt hab Blutschleier? Elfbein oder ne, mit das hier vielleicht? Meisterliche Dornen, ne, das ist das von DLC Ich weiß leider nicht, was ich aufgesammelt hab, keine Ahnung Und da ist sie schon wieder, die Hüterin der Relikte Okay, ich weiß nicht, wie漏la Ich weiß, wie viele sind nicht nicht Ich weiß nicht, wie viele sind der brauchte jetzt gut genug war hat man sich wenigstens dieses leiter unterlassen ja gut wir haben Irgendein Shortcut schon mal gehört, ne? Oh, oh. Eos über Rest F. Oh. Geil. Diese rote Burg hier, ne? Das ist crazy. Wir haben auf jeden Fall hier irgendein Shortcut für da hinten her freigeschaltet. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Dann gehen wir jetzt noch in die andere Richtung. Hier ist aber ein Ort ohne Wiederkehr. Aber theoretisch weiß ich, wo wir auskommen. Deswegen dürfte das kein Problem sein. Oh nein, ich weiß doch nicht, wo wir auskommen. Doch, wir kommen beim Item aus. Genau das, was ich wollte. Reines Blut, ja, schön. Hätte ich mich vorher vielleicht heilen sollen. Da ist noch ein Item, wo ich nicht drankomme. Oh. Äh. Das war mal ein Boss. Irgendwann mal, ja. Irgendwann mal. Nicht heute. Weißt du, wo ist denn das? Da. Ah, lol. Ah, sie will also die beiden wiederherstellen. Okay. Machen wir aber nicht heute. Äh. Geht's hier schon zum Boss dann? Wär ja eigentlich blöd, ne? Ich will ja gar nicht zum Boss. Das Einzige, was ich erstmal will, ist eigentlich zum Mistel. Da geht's ganz schön tief runter. Ich gehe da runter. Sonst bereue ich es. Oh. Geht's hier tatsächlich da zum Boss? Ne, das will ich nicht. Wie schön mein, äh, Gewand am Fliegen ist. Alter, wie lange ist das hier runter? 600 Jahre später. Der. Alter. Hallo. Ich möchte auch noch mal weiterspielen. Äh. Da sind mehrere Hüterinnen. Alles klar. Ich glaube, hier will ich nicht hin. Ciao. Ihr macht das schon, ne? Wie, wie erniedrigend und erdrückend das sein muss, weißt du? Da unten kommt eine Rettung einfach mit dem Warschfell an, so. Die stehen da so, äh, endlich ist er da. Endlich ist er da. Der Held, der uns alle retten wird. Ja, tschüss. Geh wieder hoch. Der Blick von denen, die Enttäuschung in den Augen, Alter. Von denen, Alter, das wäre so, die würden wahrscheinlich auf der Stelle sterben, einfach. So, weil, wenn die so enttäuscht sind, dass die es einfach nicht ertragen können. Das wird jetzt alles resettet. Ich will aber auch nicht gegen diesen scheiß Boss da oben kämpfen, ne? Also wenn, dann gehe ich jetzt erstmal diesen Weg. Weil ich hier weiß, dass ich hier wenigstens zurückkomme. Der da übrigens ist auch ein kleiner. Oh, doch nicht. Der ist keiner? Also der wäre, das war eigentlich der, den ich gedacht habe, dass er es ist. Okay. Okay, hier wäre die Leiter und hier kommen wir tatsächlich zur Tür. Und wir kriegen eine Mistel. Endlich mal. Holy shit, ist das lange. So. Die Mistel wäre tatsächlich hier hinten. So. Ich sehe aber, hier ist noch ein Raum, den wir nicht erkundet haben. Loll. Okay, ne, die Viecher sind... Hier ist noch ein Raum. Zeichen der Ehre. Cool. Schon ewig nicht mehr gefunden, ne? So, und da geht's nämlich auch noch weiter, tatsächlich. Hier. Ach, das könnte nur ein Item sein, einfach. Unterfallen ist, glaube ich, nicht drin, ne? Ne. Absolut nicht. Absolut nicht, ne. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Da oben wäre die Mistel, ne? Ne. Aber da oben ist unsere Auftragsperson. Dann ist das. Absolut nicht. Also ich gehe, direkt. Das steht, ist in der Mission habe, aber auch. Das Buch ist das Buch, das Buch der All-Aki-Sebationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, die Mission ist beendet. Sehr schön. Da hinten ging's auch noch weiter, ne? Ich mein, jetzt wo wir die, jetzt wo wir, hallo? Hallo? Jetzt wo wir alles haben, achso, die ist unterirdisch. Das ist so eine asoziale Scheiße, ne? Ich will jetzt kein reines Blut dafür benutzen müssen. So. Okay. Also, wir sind diesen ganzen Weg gegangen, haben da aber irgendwas übersehen noch. Hier sind wir hergekommen, ne? Mit den Türen aus dieser Richtung, da hinten, zum Aufzug da, da hinten könnte es noch weiter gehen. Weiß ich gerade nicht. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Ach doch. Hier ging's nicht weiter. Doch, da rein. Aber da geht's nicht rein. Ja. Hier sind wir hergekommen, aus dieser Tür. Ja. Aber da ging's noch weiter, oder? Er springt da einfach runter. Hier. Was ist denn hier? Ein Gegner. Alles klar. Also müsste man von da oben... Ah, ich weiß, wo man da hinkommt. Ja, ja, ja. Da könnte man von der einen Stelle aus kommen, wo der... Wo man den einen Gegner besiegen muss. Könnte hinkommen. Hier sind wir hergekommen. Ja. Da müsste man jetzt den Gegner da hinten besiegen. Dann hätte man diese Area auch komplett. Aber ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Ich werde auf jeden Fall das reine Blut dann benutzen. Ich habe jetzt keinen Bock, nämlich nochmal zurück zu gehen. Den dann erst zu machen. Ich habe zwar gesagt, wir machen den heute nicht, aber vielleicht machen wir ihn doch heute. Ja, okay. Oh, der droppt ein Aktivierungsfaktor. Plus sechs. Und wir haben wieder Vollheilung. Geil. Das hat sich ja mega gelohnt. Reines Blut. Ja, danke. Habe ich gerade verbraucht. Und hier kommen wir in die Mistel und dann können wir dann noch runterfallen. Yes. Aufpassen. Hier sind diese Scheißfallen. Jakumo, ich habe dir gewarnt. Anzeige umschalten. Gut. Das heißt, wir haben diesen ganzen Bereich da hinten gecleared. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist in die Richtung. Und zwar zurück zur eigentlichen Mistel. Aber hier findet man überhaupt noch eine Mistel hier? Weil sieht nicht so aus. Sieht echt nicht danach aus. So, ich muss jetzt hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier durch. Dann da hin, da ist die Mistel. So, jetzt können wir mal 1,3 Millionen anbieten zum Level. Okay, es fehlen noch 65.000. 43.000. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Freistatt? Für mehr Level-Ups? Ja. Crazy. Das war viel. Sie sagt hier einfach gar nichts. Stimmt, hier mussten wir die... Beziehungsweise hier wollten wir die Leiter da runterklettern. Ach nee, das haben wir schon getan. Das ist ja nur die Verbindung nach da. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, warum wir hier nichts gefunden haben. So, hey, alle. Ist das noch mal? Hab ich hier irgendwas übersehen? Nee. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da los ist. Hm? Da waren wir, das ist ja der Anfang. Aber es muss ja irgendwo noch eine Mistel geben, dann. muss ja... muss es ja... muss ja eine Mistel irgendwo geben. Hier haben wir angefangen. Aber ich hab ja auch auf der Map hab ich ja nichts gesehen, ne? Außer dahinten, da ist noch so ein Item, wo ich nicht dran gekommen bin. Da weiß ich aber auch nicht, wie man da hinkommen soll. Würde ich mal ganz kurz nachschauen. Damit wir da auch Gewissheit haben, wie man da weit, weil ich hab jetzt keinen Bock, fünf Jahre zu suchen. Code Rain Maps Witzig an, ne? Code Rain Maps? Wegen Google Maps, ne? Äh, ach du Scheiße. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind... Äh... Wir sind in diesem Zentrum, die genau Center sind wir. Genau. Okay. Und wo ist die Scheiß-Misten? Äh... Mission-Directive? Und wo ist die Scheiß-Misten? Und wo ist die Scheiß-Misten? Red Mist, Analyses, Bohr-Parasit, Mark of Honor, Map, Void-District, Eos, und Boss. Ja, okay. Der Boss, sonst kann ich mir schon denken, wo der ist. Die Frage ist, wo habe ich diese Mistel übersehen? Hä? Selbst auf der Map wird mir die nicht angezeigt, dass es hier eine Mistel gibt. Und dieses Item... Ist auch nicht da, hä? Also ich sehe die eine Mistel, die... Wo wir gerade quasi hinschauen, da. Und ich sehe die Mistel da. Ich sehe die Mistel da ganz hinten. Dann ist da der Elevator. Da oben ist die zweite Leiter. Ah, da ist eine Mistel. Da ist eine. Okay, und die ist... Warum kann ich nicht mit der... Ich würde gerne mit die Map ein bisschen ran machen. Ja, aber wie komme ich denn da hin? Ich muss genau da oben hin. Da gab es eine Abzweigung. Okay, ja. Wie wäre denn der einfachste Weg? Da hinten. Nee. Okay, der Weg wird scheiße. Ach, fuck. Der Weg wird ja mega scheiße dann. Wo bin ich denn gerade? Ich stehe gerade da. Ja, ungefähr an dieser Leiter. Nur halt in so einem... Ich gehe mal zur Leiter. Oh, hi. Sagen wir, ich bin bei der Leiter. Okay. Dann müsste... Oh, Gott. Ja. Dann müsste ich diesen Gang weiter folgen. Hier geht es dann so runter. Zickzack. Ja. Dann geht es in die Richtung. Oh, hi. Da geht es dann nach oben. Ja, richtig. Richtig. Ja. Jetzt sind wir in diesem Raum. Jetzt müsste ich einfach einmal nur durchlaufen. Oh, lol. Hier ist auch das Item. Ah, endlich. Ja, wir gehen oben lang. Richtig. Richtig. Jetzt sind wir in diesem Zickzack-Gedings, ne? Ja. Ja. Richtig. Gut. Gut, dass wir da sind. Jetzt müssen wir einfach nur diesen Weg folgen. Ich weiß. Ich weiß. Ich mach einfach durch. Ich kann überhaupt nicht gehen. So, dann kommen wir da hin. Hier war der Blast Boss. Okay. Oh, scheiße. Wir sind da. Ich kann das nicht nur die Arie, da haben sie. Hi. Danke, dass du mir die wegkommen hast. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt genau hier, wo es zum Mistel geht. Genau hier. Ja. Da, wo ist das? Das ist nicht so schlimm. Das ist das, was wir haben! Das ist das, was wir haben. Ja. Ja. Hier. Oh. Da oben Alter, endlich Meine Fresse Wer bist du wieder? Ach, wieder die Hüterin Ach so, jetzt kann ich von hier da runterjumpen Hier könnte ich den Todjumpen Da hinten könnte ich glaube ich auch noch in den Todjumpen Ja Jetzt bin ich bei dieser, ja, okay Alles klar Gut, dann haben wir endlich die 100% oder? Ja Danke Okay Dann bedanke ich mich fürs Zusehen Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Haut rein Und tschüss